Für die Freunde von weihnachtlicher Beleuchtung und festlicher Atmosphäre hält die Eifelgemeinde Bickendorf derzeit ein sehenswertes Angebot für seine Besucher bereit. Im Dorf hat man sich daran erinnert, dass die Menschen erstmals vor 101 Jahren mit elektrischem Strom versorgt wurden. Das nehmen die Aktiven aus den insgesamt neun örtlichen Vereinen zum Anlass, ihre Häuser und Straßen in weihnachtlichem Glanz erscheinen zu lassen. Liebevoll und detailreich wurden die bunten Lampen vor den Gebäuden installiert. Kleine weihnachtliche Szenen wurden aufgebaut und zahlreiche Weihnachtsbäume erleuchten. Kirche, Burg, Mühle und weitere 16 Objekte stehen dabei im Mittelpunkt der Illumination. Musik An mehreren Aktionsplätzen gibt es kulinarische Köstlichkeiten, heißen Glühwein und musikalische Unterhaltung. Bereits am Abend der Eröffnung kamen zahlreiche Besucher, um sich die Lichtkunst in Bickendorf anzusehen. Die Illuminationen sind noch bis zum 27. Dezember in den Abendstunden zu bewundern. Die Illuminationen sind noch bis zum 28. Dezember in den Abendstunden zu bewundern.